1. A Finale 2 Video 1. A Finale 2 Video 1. A Finale 2 Video 2. A Finale 2 Video 2 WD 1. A Finale 2 1. A Finale 2 WD Fünf, vier, start! Geht ganz schön enger Tür zu. Da fahren sie auch außen lang. Ab durch die Brücke, einmal durch. Klar, am Anfang sind sie natürlich alle noch eng beieinander. In die Steilpuppe hinzuwein. Ah, in die Rechten. Gute Zeit. 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 Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ah, und da hat die Karosse abgefallen. Ah, das war es dann, die Entscheidung. Also das wird er wohl nie wiederholen können, den Vorsprung. Was für ein frektakuläres Ende hier. Fast nochmal abgeflogen. Und da ist Uli. Vördelrunde Vorsprung. Und hier kommt erst der Zweifassier. Und hier kommt Uli. Letzte Runde, das ist nur für das Sein. Das ist der final lap, würde man sagen. Ne, die Finalrunde hier. Und hier. Oh, oh, oh. Und da ist es nur für ein Führer. Und da ist es wirklich nicht mehr eine und eine Folge. Ich bin mir ein Führer. Aber der letzte Fall. Und da ist es nicht dringend. Oh, oh. 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 Ja, Sascha, leider nur zwei, dummer Fehler, und Uli mit seinem Leihwagen hat hier das Ding nach Hause gerucht, super, du hattest in der Hand, Sascha, schade. Ja, Sascha, leider nur zwei, dummer Fehler, und Uli mit seinem Leihwagen hat hier das